da bin ich ja echt gespannt wie das mit der smite meter sein wird doppel smite also das ist wirklich so wenn wir dem gegner schon dann nur ein jungle camp klauen dann ist das ganze schon mal versaut oder oder sich das falsch weil er nicht haben ja gerade irgendwie drei camps gesteilt und er war level 2 als wir irgendwie alle fünf und vier waren also wenn man die schafft das ist richtig krass dann darfst du halt nur nicht irgendwie unten aussehen gegend werden oder so naja aber die sache ist wenn ich wieder smite habe dann spiele ich die sache ist wenn ich geknallt habe ich bin schon nur die sechs minuten draußen dann habe ich ja nichts nicht zu tun eigentlich so wie es momentan in der meter es weiß was ich meine dann würde ich mich einfach dann hier bei diesem camp treffen oder bei dem da können wir die beiden machen wenn der da irgendwie so läuft irgendwie abpacken und dann wenn wir halt hier dann so lange raus gepusht irgendwann einfach unseren eigenen sagen wir waren gucken wir das noch mal kurz an ach warte mal es gibt keine 30 extra gold wenn man wenn man ja mit ins geld geben die alle keine 30 extra gold mehr wenn man die ausbaut die anderen auch nicht hier steht plus 15 bonus gold per lade monster kill nick kommen auf die ausgebauten doch 30 bei mir steht es nicht bei mir steht das komisch bei den wahlen plus 30 bonus gold per lade monster kill auch bei denen komplett ausgebauten für 2000 2250 vielleicht haben wir noch vergessen oder so warte da steht ja nicht aber ich glaube das müsste dann eigentlich auch da sein das wäre ein bisschen los war das kann ja nicht sein hier kommt warten mal jetzt könnte ich könnte ja auch könnte ich auch ein camp starten ich glaube schon 1 bis früh ja und die sie gehen auch so schnell ja das kann man nicht machen so stark ja also wird wir verlieren noch nicht mal einen minion oder ich nehme so noch nicht ich muss hat mein ich hätte man hier doch das ist ja übelst easy naja klar also also hier mal im gegenland jungle ist und dann zu dritt dann kann er eigentlich nichts machen und dann machen wir ganz schnell das camp haben wir auch noch zwei smites ja doch das geht übelst klar dann kann ich ja zuerst mal nur als zweites und dann hast du das also wenn ihr halt da oben klar kommt weil wenn die nicht behind fällt oder so von der xp her dann ist das richtig krass ich bin level 3 und moran das grad level 2 geworden das hat ziemlich krass irgendwie das könnte interessant werden so ich geh jetzt in unser jungle jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen ja ja aber der gegner zu sagen dass sie gerade wird also ihr könnt ja unsere große nehmen oder halt hier oder den alter von den du vielleicht noch dir ganz schnell den alter zu nehmen und es ist jetzt die frage gegen gute gegner würde ich sagen würde das nicht klappen was wir machen gerne das nicht weißt du aber so klappt es klappen so ihr könnt zwei camps nehmen wenn ihr bock habt ich ziel erstmal das gegnerische ja gut das ist ein etg hat er sein grump auch nicht das weiter oben das weiter so machen ja warte du kannst bei zeiten dann unsere sagen wir weiter nehmen also wir pressen einfach weiter oben ich warte erst bis ich zwei tab wieder dauert es lange obwohl wenn ich so schnell ausbruch hier gucken wir mal kauf ich mich an der ersten modell schien hast du das hattest du den inzwischen halten ja das hättest du dann hätten wir vielleicht können ich muss daran auch denken ich benutzt es nie nach ja dass ich auch gar nicht so sehen zu machen dann kann man nicht so leute ich bin aber auch überhaupt für da sogar kein bisschen ich muss einfach mal benutzen damit ich nicht gegengt werde so eigentlich immerhin so rüber habe ich beide gemacht ja gut war cool aus ich kann auch einfach wort oder ja und ja das stimmt aber du darfst du nicht ausbauen erst mal ganz viel ich kenne den wieso ja hier kommt ja aber ich habe keine weggeweckt sind oder ich habe das ding leider immer noch nicht sonst hätten wir die jetzt alle geklärt glaube ich ja ich habe es auch nicht das bräuchte man damit kann man wirklich alle kill also so schienen second item ist gar nicht so scheiße das macht im early game ganz schön burst damage also wo ich gerade so eine qe ganz kurz gemacht habe das war ziemlich heftig und mir fehlt auch nicht mehr so viel mana das ist gar nicht so schnell aber mir fehlt der cooldown leider ist halt das einzige problem ich habe ich noch mal ein bisschen zusätzlich ich glaube ich brauche jetzt doch nicht wie das letzte mal das slow items und das rote smite dann kleckt das nämlich auch auf den buch und so dann habe ich noch mal ein bisschen zusätzlich ja moment sie wird schon der tor wir können den auch dann gleich kill wenn er auf die chance ja vielleicht was sie mir ist werden okay das war über der richtige kommen haben die kann man drauf hatte ich habe die gleich ich kann nicht so richtig ich habe keine gerade zwei sekunden aber falsche ja da sind wir ich wollte okay mehr als unlucky das ist richtig unlucky oh shit war das bad also ich habe noch okay okay wir haben es drauf wir haben es drauf scheiße jetzt steht da wieder 30 gold wenn ich es gekauft habe da unten ganz cool egal ich bin wieder even na genau jetzt mache ich 80 bonus damage von der ko eh aber wenn ich jetzt krimmeln wäre ich lustig ich tu aber nicht ich könnte die camps hier machen ja er ist ja noch drinnen war nicht mehr verfällt ich habe auch schon gesagt dir auf die 30 gold kann ich nicht verzichten es geht einfach nicht tut mir jedes mal im herz weh so stechen im herzen ja wenn der dicke minion mir weggenommen wird doppeln fehlt also wenn das jungle item noch gebufft wird ey das ist schon mal mega geil ich mache immer ich mache ein e und die hintere mindestens fast alle weg durch dieses saue was da wenn es dann kommt wir können uns erst mal deren alter ich glaube ein bisschen besser als löschen einiges ja ja klar löschen habe ich auch noch nicht so oft gesehen ach da am besten spaß der ist den dash haben die total geil der turn dich total an war ja pass auf die kommen runter ok die sind hier ich habe mir echt Freude wenn man dasht Freude ja bei dem dash ja einer hat es hier genommen oh da ich komme ich komme ich habe leider wieder nichts dazwischen denken wo kommt der tower eigentlich her was soll das du kannst du du kannst mal meinen damage stellen so warte mal krass soll mal jemand auf die range kommen hier man aus den richtigen ah ich will es dir mal zeigen so man muss sich das schon gut vorstellen weil es ist wie so ein lids spenden im early und wir sind wir kommen wir kommen wir kommen komm hier runter digger ah mann komm zu oh shit digger ich gehe auf die morgana da waren crazy moves ne Alter du hättest einfach direkt da runter laufen sollen da waren crazy moves crazy moves crazy moves crazy moves von diesem das war einfach zu den Zeitenkommando digger das war einfach zu den Zeitenkommando digger das war mein Team 404 not found not found äh OP so ein golem wie scheiße wie scheiße schnell das klipp wird ey boah hätte ich bin jetzt gekommen ja veräppig gewesen auf jeden fall wenn wir hier immer so ein 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 vision teil vielleicht abhaben vielleicht solltest du einfach deinen vision gar nicht benutzen nur so für fight und ich benutze einfach so für meinst du mich? generell ne hier ähm weisenberg ich brauch's halt manchmal ich will wissen ob ich hier gank werde oder ja oder hier visu benutze eins vielleicht nicht ja krieg ich hin mach ich eh nicht jetzt hättest du mir gegengt aber da muss ich dir aber obwohl ich weiß auch nicht und ist der Tänky ey Junge ne ne wenn das nur für Wukong passt auf Wukong hat sich dann auch unsichtbar da krieg ich hin ok hier sind die ein Puschen hat der noch weh? das ist die richtige? jetzt nicht mehr ach du scheiße ach du scheiße pass auf pass auf ich bin aufm weg ich bin nicht mehr lange ey aber der wird schaden man ja ich hab's auch gerade gedacht 390 mit der Q ich hab auch vorher schon mal so Kasis gesehen der hat immer so One Shots verteilt oder kennst du den kuranischen Kasis der Endzeit noch hin und her springt naja der Typ ist lustig aber ich glaub ich bau nicht mehr das pinke Item weil ich seh grad hier wenn man Monster taggt wird jedes mal Mana regeneriert was ist das denn? das ist ja auch neu jolo mach mal an geht gar nicht Out of Mana da kann ich ja wieder wie das rote Item so gehen das rote ist auch am geilsten für mich ja ich muss die auch gar nicht smiten der Jungle so easy wofür muss ich das smite josen? und das blaue am coolsten das glaube auch ganz gut aber rote macht halt mehr damage ne? joh hallo holy moly hallo holy shit warte mal holy fuck ja man ja man ja man Alter hier ist wieder ein oh der macht damage holy shit ja natürlich so ein komischer Karl im Ganzen oh erstmal das Clamp hier Tim Tim down ich hab noch nicht mal den smite benutzt war's auch oben war's auch oben oh da war's heal geil könnte ich hierher kommen ich hab mich grad geultet ich komm 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 definitiv boah ich bin schon wieder im falschen Weg gegangen ola scheiße scheiße ich bin Sandborn passt auf die hat kein Co die hat kein Co die olle die haben auch nicht mehr so viele ich geh von hinten rauf ich geh von hinten rauf langsam aber sicher langsam aber sicher was das direkt irgendwie da sein können glaube ich oder ich ja ich bin erst mal rechts freudig lang und dann war der Pfeil auf einmal mehr links und der hat mich wieder umgedreht das ist immer so wenn man sich nicht erscheinen kann die besten oh komm schon oh ja dieser farm ich merk schon ihr beide seid wieder am Fieden wehe Morgana denk gar nicht dran perfekt perfekt ich bin wirklich am Fieden ich hab wieder einen Tod irgendwie ja wann hab ich denn wann hab ich denn eigentlich willkommen wo bin ich denn er gestorben ich weiß es schon wieder nicht ich hab schon wieder eine Webelist scheiße ok mach ich auch mit alles klar nein nein das musste sein du hast schon wieder so viel fahren das geht voll klar da wollte ich auch schon bemängeln oh ich chank wieder einen Tower WP oh Digger ja nice holy shit alter sag mal was ist denn mit dem Karstix los hat der irgendwie ein Damage Hack oder sowas nee Morgana das muss doch jetzt nicht sein ey Alex du ist tot cheers ich wurde gebaitet mal wieder jetzt hab ich wieder einen Tod ja ich auch hätte ich jetzt Flash gehabt dann werde ich escaped aber nein Bisou hat mich gebaitet dem zu flashen alter Taze der vier neunhundert Schaden mit zwei Fuß von dem Karstix alles klar alles klar es war wieder unglaublich hä hast du nicht so ein bisschen Rüstung gekauft schon ne noch nicht wo bist du da ja muss man auf jeden Fall wenn die einfach rein sollen mach ich einfach diese Wissens Shit und dann zack zack war das da komm da hin ja ja hat sie gedacht wa komm dieses Dingens ok dann geht auch da ne ne jetzt reicht's ne ne oh die ist runtergegangen lol ein bisschen wie Haseneisen Alter ich dachte die geht hoch oder so wie ein normaler Mensch geht man nicht zum zum Nahsten Tower so normaler extra am Ende hab ich angefangen zu lachen und hab nicht mehr attack ey und ich hab sie zu killen wirklich gut nein da wollte man einmal im Leben VM ey und dann klappst du nicht dann muss ich halt mal wieder den ganzen Jungle nehmen als Strafe hier ich merke schon Leuch in den Ohr Shit woops auch nicht schon wieder willst du deine Boys zeigen ne alles klar oh Digg auf Eisberg das ist nicht gut also ich brauch wirklich dieses Aufdeck-Ding gegen Karthex ich durfte das ich hab das sogar abgehabt fuck die haben gekalten die jetzt ein bisschen hier oben soll die verprügeln komm die Hammer boah ich spiel so bad auf die kleinen Bitches das gibt's schon wieder nicht wie bad die Spieler in dem Game in dem Game ruf auf die Karthex Arme nach Köln wir killen sie alle nicht da ne da geh ich jetzt nicht lang kein Bock wieder 500 Damage isolated zu fliegen ich face-check den alles klar easy tschüss oh man ey ich will nicht das Game mit 1-3 benden super Heißberg wieder richtig gut weißt du immer im Farm Cap aber hauptsache 1-3 haben erstmal ja mach mal so also pushen nicht oh shit Diggah oh shit Diggah oh ich glaub ich dürfte die Spider locker Solo schaffen ja das sind neun tausende Appel hier wir sehen G-Digah also wenn wir dann auch so dann kann ich auch direkt wieder nicht ähm Wie heißt das nochmal? Dann kaufe ich mir einfach direkt nicht Locked, sondern Banner auf Command, dann finischen wir mal die Games dann irgendwann um so ne Scheiß. Was ist das Banner? Was hat das diese Minion-Beschwörung? Ja, Minion, wo dieses Riesen-Minion einfach immun gegen AP-Damage macht, sodass das mehr... Die Adi, ah AP schon gut, ja. Also immun gegen Spails, wa? Ja, Alter, wieso fieren die Minions eigentlich die anderen? Was ist das für ne krank OP-Scheiß? Jetzt wollte ich gerade auch rein. Wo oben wird wieder gefightet. Komm, mach Culling! 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 Wir wollten Taler angerufen. Culling! Alles klar. Die Noobs. Komm, Brunner. Wo war ein Turret? Juckt mich nicht. Alter, jetzt sucht ich mich doch langsam. Langsam waren wir sicher. Wollen wir die fighten? Wollen wir richtig krass sein? Na, die kommen aber geile, Alter. Oh, DAMN! Das ist der Dammit. Ich freue mich schon auf den Buff. Ich kann's kaum erwarten. Item bin voll. Was? Item bin voll. Wie jetzt? Oh, sehr gut. Oh, Stille, Arm und Hack, go! Ne, jetzt reicht's. Oh, ich hab'n Deal. Nice, jetzt haben wir vier Mal. Jetzt können wir fighten. Wenn man hier nur rüberflaschen könnte. Hast du, hast du noch, ähm... Die Software ein? Ne, ne? Äh, ne. Oh, nein. Bruder. Ey, wieso? Da hat man Vision auf den, und dann kann er trotzdem... Oh, joh. Und sicher werden. Kann er trotzdem Invest gehen. Denk, was ist das für ne Scheiße? Denk ich mir, ja. Denk ich mir auch manchmal. Direkt erstmal Reddit-Post machen. Das geht ja mal gar nicht. Also, ich tolere ja viel, aber das... Ne, so... Karstix ist wirklich schlimm, irgendwie. Auch für mich. Jedesmal will... Also, so... Ich hab' auch ein Mad-Kale. Ich glaub' so'n Lutz, den ich hatte, wo ich mich dann richtig gut daran erinnern kann, war gegen so'n Talon. Jedesmal, wenn ich auf Champion 2 Division verliere, das ist... Einfach Schlimmster. Irgendwie. Hey! Jo. Hi, Musiting. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Na, egal. Das ist so'n Insider zwischen mir und... dem anderen. Ach so. Das tut nicht gut. Wir sind ja im Musiting Feuerwald. Richtig. Na dann müssen wir uns so verhalten. Oh, sieh die Talon! Boah, hab' ich viel geholt, ey. Ich steh' 1-3 und... hab' bestimmt... wahrscheinlich mehr Gold, das bist du... Hab' ich irgendwie so'n Gefühl. Was meint ihr gerade mit Vedded? Wollt ihr das schreiben? Ah ja, keine Ahnung. Hier so zum Beispiel hier bei... Ich... ich... redsmite den K-6 und der kommt... wird trotzdem Indubus mit der Ulti. Naja, das war's nicht. Was'n das für'n Scheiß? Jetzt kommt... Er kommt richtig Sandiger Burst. Jetzt wirst du's sehen. Alles klar. Und ich hab' meine Minions. Auch gerade auf die. Alles klar, wie so richtig gut gedochted. Musst'n Minion kriegen. Der Dodge King. Ach, komm... die Sanding Burst, ja. Mann... für Autohilten Das hab ich immer bei Rengrauch, das einfach unsichtbar wird und wohlwärts nicht ist Kein Schüppel, kein Schüppel Ich hab immer noch keine positiven Stats Ne, jetzt müssen wir warten bis die bespawnen Jo, das geht nicht, ich brauch positive Stats Aber vielleicht den Tower schon mal killen, glaube ich Na, stimmt, damit der nicht mich Unserweckt Ohne positive Stats kann ich das Game nicht benden Gib dir schon mal den Text Auf solchen Farms ist immer gut noch Nehmen wir Reported Let's end noobs Ja, wir locker gleich Burst, Nigga Loil Alles klar Hashtag Sahen, Nigga Burst Okay, das ist das WM Aber man muss auch mal WM sein Wir dürfen das auch mal Kommt jetzt raus GD Das war schon Das war schon erhellendes Game Und ich hab mehr Gold als Biso Mit 3, 3, 4 So muss das sein Mal gucken, jetzt gucken Gucken wir auf den Damage Output Okay, scheiße Keinen Kommentar Easy